Neue Runde Black Ops 2, wieder auf der Map Downhill, weil irgendwie alle nochmal wollten, anstatt die andere Map. Missgeburten, Missgeburten. Und mit der Friedenstifter unterwegs, mal gucken, was so geht. Weiterbiegsschlag und lautst da. Noch gar nicht durchgeladen, doch. Ich gehe wieder links, 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 links. Wo bist du eigentlich? Ach, ich gehe irgendwo links. Aber du wirst gar nicht blau angezeigt bei mir. Doch, bei mir ja, du. Ich bin jetzt vor dir. Da kommen sie gleich. Oder auch nicht. Mal links rum. Was, wo spawnen die denn hier? Ja, ganz hinten im Haus. Alter, dieser Hurensohn, Alter. Wir sind in Front, wer hat denn das übersetzt? We are in vorne. Ey, ich sehe hier niemanden. Ja doch, ich ja. Ich habe schon ein paar gekriegt. Echt? Ja, zwei bis jetzt. Ey, sag mal. Abgeschossen. Verbündete Drohne nähert sich. Naja, also das war doch jetzt dumm. Okay, sind in der Mitte irgendwo. Ja, sind drin. Alle drin. Oh, fuck. Und dann verkacke ich es auch noch. Dumm kann man sein, ey. In your back check like halt. Ja, ja. Absolut. Ah, das Haus hier sieht geil aus mit diesen Vasen, diesen Büchern, die hier sind. Mode Up, Make Up steht hier. Was ist denn hier noch? History of Pixelation. Ja, das ist wirklich History of Pixelation. Alle drin. Ja. Na ja, Akimbo. Oder? Ne, noch nicht. Lordum Schwarz. Ey, das gibt es nicht. Die sind alle da drin. Alle im Häuschen? Alle da drin. Kanel Duo ist ein Aim Border mit 7 zu 9. Ever. Rappel dich wieder auf! Am Arsch, du Bobby! Haftgranate geht raus! Fuck! Ganz hinten da, wo die Map aufhört. Oh, 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 weg, 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 weg! Hast du den gekriegt? Ja. Ja. Ich hab ein Assi bekommen. Aber wenn er die gleiche Waffe hat, hast du schon mal gemerkt, du hebst die Munition von dem auf. Ja. Lord Kasko. Ich hab Dropshot gemacht, ey. 9-4. Aber es ist auch echt wachabhängig so'n bisschen, glaub ich. Ich komm einfach mit der noch nicht so gut klar. Ja, die ist gar nicht so schlecht. Man muss sich nur an dieses Schussgeräusch irgendwie gewöhnen. Das kommt einem so anders vor, irgendwie. Weil es ist ja auch anders. Ah, ha, 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 ha. Ich bin wieder so... Ich bin mit der PDW. Nein, Mann. Mit dieser Vergeltungsscheiße da. Spielstifter. Ja. Was auch immer. Also. Wollte ich jetzt aber grad nicht glauben. Da ist noch vorne links einer. Ere, ere, ere. Ja. Einer ist down. Und ich bin down. Und links oben drin. Oh, geil. Ich hab Vorräte und Dings bekommen jetzt. Hinter uns ist einer. Okay, der gehört aber zu uns. Ich mach mal die Killer-Hunter-Killer-Drohne. Ja, bringt nichts, weil die sind ja alle drin. Dann setz ich meine Drohne auch mal ein. Und jetzt mach ich mal schnell meine... Meine Vorräte. Alter, ich bin schon wieder Level 1. Level Up. Blackout hab ich jetzt bekommen. Nein! Genau da, wo mein... Ab... Mein Dings runterkommt. Ach, das ist nur ne Hunter-Killer-Drohne. Achtung, feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Das ist meine. Äh, kann ich... Ja, das mit den Spawns wechseln, ey. Das nervt halt immer, wenn du gerade deine Pakete abstellst und dann wechselt direkt der Spawn und dann spawnt sie genau da, wo du bist. Dann hast du die Arschkarte. Ja, das ist richtig hässlich. Ich hab nicht gesehen. Ich nehm mal die PDW mit. War gar nicht schlecht. Ach, ist schon vorbei? Mhm. Wollt gerade die PDW einpacken. Was hab ich? 13,8. Naja, es geht so. Och nee, komm, oder? Och nee, komm, oder? Die Camper-Bobbys. Da hat der Camper die letzte, letzte, verfickte Kamera, du Lappen. Du Hurensohn, hoffentlich stirbst du an Krebs, du Bastard. Na, ist echt so, Alter. Tschö. Und tschüss, YouTube.